Schau dich auf. Ich bin aufgenommen. Ich bin aufgenommen. 8C, 4 am Boden. Claymore. Ja, selber auch. Sag, wenn ich irgendwo Waffen sehe, andere Waffen auf. Was fühlst du auf mich, wenn ich einen Schaldämpfer gewassen habe? Was hast du denn? Nein, es hat dich eigentlich weniger gesehen. Ah, das sehe ich gleich. Ah, das sehe ich gleich. Ah, das sehe ich gleich. Ah, Claymore. Shortflinte. Was für eine? Er läuft ja nicht mehr weiter, wenn er Claymore ausgerüstet hätte. Die habe ich glaube nicht, oder? Ist das die, die ich hatte? Ah, die, die ich schon hatte. Geh weg, ich muss da rein. Irgendwann. Aufklärt, gewehrle. Mit dir nichts. Da ist er ja. Niemand. Oder wenn ich die schon da bin, oder nicht, dann können wir die. Ich gehöre irgendwo. Aha. Jetzt wieder hysterisch. Ich werde dreise schon, hey. Das Schnurrte von der Seite. Das Schnurrte von der Seite, weiss. Ich weiss, andere Seite. Die ganze Zeit, das Schnurrte von der Seite. Ah, jetzt haben wir einfach so gerade eine Sprengung gestohlen. Äh, Spiele. Was hat mich jetzt so weiter gehabt? Dieser verdammte Scheisse-Toast. Der Banker ist ab hier. Der Banker ist ab hier. Ah, ein Automatik-Schütz. Nehmen wir auf. Und mit dem Stacheldraht. Das Job als Maschinengewehr wäre schwer. Er will ja auch nicht. Das ist ja geil. Weisst du, du hast die MP aufbessert. Der Lipsch ist wieder unter Beschuss. Ja, haha. Genau. Ausgesehen, wie du dich jetzt runtergerührt hätt. Weisst du, wie du runtergehebst. So, wir klicken wieder. Wie immer. Was für ein Wasser da? Was von mir? Der Sumbu-Buddy wäre auch gleich gekommen. Was los denn? Was? Keycarp! Ich komme ja schon. Was ist jetzt so wichtig? Puh. Granatwerfer. Nein, nein. Da habe ich schon. Wir müssen mal auf die Schützmitte. So eine andere Pumpe. Äh, bringt mir auch nicht. Wieso habe ich eigentlich diese Waffe dabei? Die BDW. Äh, ich kann andere Klasse sagen. Ja, genau. Ich glaube, es ist der letzte Kette. Weiss mal was. Ja, sicher hat der letzte Kette. Den MP5 mit Schalldampfen. Ja, richtig. Schon habe ich etwas. Mhm. Ja. Ja. Ich kann auch nicht drauf essen. Mach mit. Haha. Wer ist der Bühne dran? Der große Teil. Der große Teil. Ich habe das mit uns gehalten müssen. Ja, dieser läuft mir in den Lauf hinein. Oh, ich raus, sonst sehe ich nicht. Hm. Wieso kommst du auf mich, Bulle? Ja, einer macht Nachkampfgegner. Ja, muss ich noch verrecken, bevor... Ich meine, soll ich auch nicht los. Wollen wir rein hier? Ja, sicher und uns alleine halt. Ja, ich stehe schon wieder auf. Warst du das? Ah, ich dachte, du seist schon rein. Jetzt lieg ich in den König. Geh rein, lass mich helfen. Wow, jetzt kommen wir aber die dicke Flocken runter. Warum? Nein, nicht das. Welches? Ich muss jetzt Munition holen, machen zu viel. Ja. Help! 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 Ich bleibe jetzt wieder bei Lebungen, 60 Sekunden. So lange, denke ich immer. Was heisst Sinn? Schwierig? Nicht so ein einfaches Spiel. Auf normal. Ja, ist auf normal schon schwierig. Ich habe etwas grosses. Nein, deine ist etwas grosses. Ich will es passen. Du, mach dir etwas mehr. Da fährt einfach eine Tankrichtung, das ist schade, dass sie das nicht sieht. Ja, wer weiss, heute kommt's. Ja, dann machen sie es immer wieder im Spiel. Mö, und dann machen sie schon eine App. Weisst du, nur weil du es nicht hast und ich kann spielen. Jetzt ist das noch lange. Ja, wo bin ich dann? Ja, das kenne ich auch so. Was? Wir sind lieb zusammen. Ich bin immer lieb. Sie ist immer nur eine Ansicht so. Hm, eine Kiste. Ambruch, Ambruch. Was? 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 Ich fahre nicht vor mir. Da war ein Scheich. Die Drohnen. Welche Drohnen? Was? Habe ich da Radar? Habe ich eigentlich dort? Sonst würde mir jemand das verdammte Scharfsschützengewehr wegnehmen, ich glaube es auch nicht. Was? Wo ist der Norden? Im Norden? Ja, wir wollen weiter. Was? Ja, da würde ich ja. Ist klar. Ich wäre eh genommen. Die ist jetzt eine Sprengladung. Um die da? Was ist das? Das ist ein schware Scheiss-Game. Welches? Interessant. Ich wollte das Aufwand für 2 Fr. Was ist jetzt wieder los? Wir dürfen uns nicht sehen. Wir sind stocktief, Arsch. Ah. Ich dachte, wieso bist du unter mir? Wie geht das denn? Ah, meine Anbrust! Was ist denn da? Ich sehe sie nicht einmal zuerst gehört. Ich möchte nicht mit der Formel 1 spielen. Du musst ja Formel 1 spielen. Ja, liegt schon wieder rein. Was ist das? Nein, aber... Jetzt kommt was. Spielen? Das wird ein super Spiel. Das ist ganz genial. Gauerschmarrn ist das. Welches? Wie hat man das? Welches? Kann ich schauen? Detroit! Become Human! Ja, das ist ein solcher Kruppenscheiss. Wir sind alle tot. Wir leben nur noch die anderen ein. Wir leben nur noch die anderen ein. Die einen leben nur noch da. Die, die auf das Kind... Und... Ja, ich weiss. Ich weiss. Ich gebe am Anfang Diplom. Ja. Wir leben nur noch die. Wir leben nur noch die anderen ein. Wir leben nur noch die anderen ein. Die eine hat es... Ich weiss. Das ist nicht so. Folge Simon! Was? Ich muss jetzt diese Folge? Hallo! Folge Bart. Folge Bart! Sie schloss was? Ich weiss. Ich habe Simon nachgehört da. Hallo. Hicks! Muss ich jetzt sein? So. Zeig ich jetzt so. Irgendwo mal Leben gesehen oder so? Am Anfang? Ja, aber das habe ich schon geschluckt. Äh, jetzt bin ich eh am Boden. Wie sind denn bei dir? Der Chef? Ich glaube zwei? Ich dachte, es sei schon viel später. Ich bleibe jetzt unten, weil wir eher wahrscheinlich wieder das Ding machen. Jetzt musst du die Formel 1 spielen. Also sieben habe ich letztens wieder gefühlt. Ah, hast du den Mal gespielt? Mike hat immer gewonnen. Ich bin immer zweit geworden. Ja, du wirst auch immer bei mir. Du dritt oder zweit. Bei beiden. Mike musste aber abfüssen, dass du nicht immer zweit geworden bist. Ja, du wirst bei mir meistens zweit. Ab und zweit mal auch erst. Wow! Was muss ich jetzt machen? Das war ein Spiel, ich denke immer nicht mehr. Ich kann flippen. Das sieht gut aus, oder? Ja, das sieht gut aus. Einen Schlag und ich klicken. Ja. Das wäre zu hoch, meint er? Wie ich gesagt habe. Einen Schlag und ich klicken. Komm mal ab. So eine Weibli geht schon dort rum und flitzen. Wir sind gerade Profi-Spieler. Niemand kommt. Nein. Wieso kommt immer, das wäre zu hoch? Hm? Ähm... Würde sie bemerkt werden. Du wirst mich jetzt verarschen. Du wirst die Konsole aktivieren. Hm. Ah, nein. Kann ich das abbrechen? Was anderes noch abbrechen? Wo bin ich? Wo ist er? Kannst du nicht abbrechen? Ja, das schaffe ich nicht. Ja, sag mal wohin, Junge. Da? Leben wäre mal etwas. Ah, nein. Ich bin jetzt noch mehr in die Kiste. Da würde ich jetzt sicher leben. Ja. Ja. Nein, ich habe nicht eine Sache. Wir sind hinten genug, dann nehme ich da noch ein Scheiß. Ja, das ist hier. Ich hätte es auch gesagt, ob es jetzt genug Geheime gibt oder nicht. Ah, da hätte er noch. Ja, da hätte er noch andere gesehen. Und ich komme hinten. Hallo? Ist da jemand rum? Was? Geht ihr rein? Könnt ihr auch etwas? Ja. Ja. Ich habe dich jetzt gerade geschützt. Ist es gut? Bist du bereit? Machst du oft? Ja. Und du bist schon lange bereit. Leclerc ist 9 und äh... Nein, es ist der Zeit. Du hast vor zu sieben gespielt. Du hast vor zu sieben gespielt. Was schnarrt du? Mach da da drinne was! Nein, nein. Formel 1. Was? Wo ist das Geschütz aufgekommen? Da? Das ist irre. Und du kannst zuerst verteidigen. So macht der Trottel schon auf, wenn er nachher kommt. Jetzt musst du den Fendrich auf tun, du Trottel! Mach jetzt auf! So, mach jetzt auf! Obertrottel! Was ist das? Der Fennkritt! Der Fennkritt! Der Fennkritt! Weiß ich mal. Liste, umbringen... Ich sache mir noch versteckt. Klingt direkt. Solltest du dich von mir da? Diese Lades? Ich kann ihn jetzt gerade wieder probieren. Warum soll man das auf diese Seite? Oder auch nicht. Aber ich warte jetzt noch, weil er sich da etwas aufsprengen sollte. Man weiss jetzt. Ich entscheide auch die Richtung. Die andere Tücher. Ja, der Leid umgerungen. Auf ihnen. Wieso sind die immer noch auf dieser Seite? Weil er da etwas aufgehängt hat. Der Einzige, der da... So etwas Gag hatte, oder? Ja, Granatwärts und... Wow! Oh! Nicht schlau. Da bin ich schon eh nur die Spitze. Oh, jetzt legt es aber hier. Jetzt kommen wir wieder auf dieser Seite. Auf der Seite. Mit der Seite. Jetzt geht er, werden wir überrasch. Ich weiß auch nicht, hätte es echt nie geschaut. Und tschüss. Willst du dich befreien oder wieder schliessen? Wieder schliessen. Hm. Komm rein! Willst du nicht hinter schauen? Ach. Schnell gehen. Ist gar nichts rum, dass etwas... Ja weiss, wow. Schöner Anschlag. Du bist scheiße raus. Ja, ja. Hey, du sehen halt Hoffnung. Und zwar ist es... Jetzt die Hoffnung. Bei mir. Das ist der erste Anfang. Mhm. Schlecht ist schlecht ist. Dabei ist mir 109 Nachkampfkirchen. Hä ja. Wieso geht das so hinterher? Ich habe nur 5 Explosive Kils. Hey, ist schon Stufe. 15. Juhu. Juhu. Juhu.